Hallo liebe Livemusikfreunde, ich freue mich, dass Ende März 2022 Kelly Rucker aus den USA für einige Konzerte nach Deutschland kommen wird und zusammen mit mir in Duo und mit meiner Ritchie Arndt Band Konzerte spielen wird und ich freue mich wieder auf Livemusik, freue mich auch Menschen zu sehen, für Menschen zu spielen und ich hoffe, ihr seid dabei. Musik Musik